Servus Leute, RagingRaptor.de hier und ich begrüße euch zu einem kleinen Video, wo wir etwas rausfinden, wo es um die Tarnung geht. Und zwar The Donut Man bzw. Suicide Clown on a Trip hat gefragt oder sich gefragt, ist es so, dass wenn ein Gegner neben euch im Busch steht und schießt, dass ihr dann auch die Busch-Kamu verliert? Und das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich interessante Frage, weil schlussendlich, ihr schießt und alles um 15 Meter herum geht natürlich kaputt vom Busch. So ist die Regel an und für sich. Und er hat gesagt, seine Aussage ist, und das ist eigentlich auch mein Bedenken oder so, habe ich auch gedacht, hat gesagt, dass der Panzer, der geschossen hat, sowie der Panzer, der direkt neben ihm steht, die Kamu verlieren. Und die haben uns jetzt einen kleinen Test dran gewagt, indem wir einen, oder zwei T1 genommen haben, die beide eine 50% Cruise haben, ohne irgendetwas, und haben sie in einen Busch gestellt auf Malinovka und ich habe meinen WZ-132-1 gespielt, der Stufe 10er Chinesen Scout. Das erste, was wir gemacht haben, ist in perfekte Position gefahren. Das heißt, wir haben einfach geguckt, wann genau gehen denn die beiden auf. Und das war Punkt 210 Meter oder 211. 210 oder 211 Meter um den Dreh herum. Was für ein Panzer, der nur nur eine 50%-Crew hat, ohne irgendetwas, Kamu, ohne Kamunett, etc., etc., gar nicht mal so schlecht ist, wenn man sich so überlegt, nur weil er im Busch steht. Und dann, gut, wenn wir wissen, dass er auf 210 Meter aufgeht, habe ich dafür entschieden, auf 212 Meter oder 213 Meter ungefähr zu fahren und gefragt, ob jetzt Sky Shoes, der uns auch mit dem Video geholfen hat, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt, Sky Shoes, ja, oder Suizid einfach mal zu schießen. Weil theoretisch, wenn sie beide schießen oder wenn der eine schießt, geht ja der Busch kaputt, und somit sollte der Busch dann für die halt beide kaputt gehen und beide sollen leuchten. Das ist so meine Interpretation gewesen, wie diese Buschregel funktioniert. Ha. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass dann allgemeine Büsche weggehen. Schießt du uns nochmal? Gut. Nee, ich fahre einen halben Meter nach vorne und er geht auf. Aber so ist es nicht gewesen. Interessanterweise. So wie es aussieht, sind die Büsche wirklich nur auf eine Person bezogen oder personenspezifisch, sagen wir es mal so. Das heißt also, wenn ihr schießt, geht der Busch nur für euch kaputt und nicht für die andere Person. Interessant, finde ich. Hätte ich nicht erwartet, aber so ist es. Ich habe mir noch überlegt, ja, kann es sein, dass wir eventuell einen Fehler gemacht haben, aber es würde keinen Sinn machen, weil sobald die Leute schießen, oder sobald sie nicht im Busch stehen, haben sie ja schlechtere Kamu. Der Busch gibt ja mehr Kamu. Darum bin ich mir ziemlich sicher, dass so wie wir es gemacht haben, es Sinn macht. Wenn ihr jedoch denkt, dass wir was falsch gemacht haben, das kann natürlich sehr so sein, dann schreibt es in den Kommentaren. Wir werden es uns nochmal testen und gucken, wie das wirklich so ist. Aber sonst, ich denke, so ist es halt jetzt mit der Kamu. Danke vielmals fürs Zuschauen und danke an Donutman, beziehungsweise Suizidclown und Trip und Skychews, um mir beim Video zu helfen. Wenn ihr auch helfen wollt, Link in der Description, ähm, oder in der Box unten. Und ja, da steht mein Discord-Link und bin immer froh über Leute, die mir bei solchen Videos helfen, ob es jetzt ein Wie-Penetriere-Ich-Video ist, ob es jetzt so ein kleines Miff-Buster-Video ist oder andere Sachen. Danke vielmals und wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Bis zum Schluss. Rickus. kul recap mit.